1. 2. 2. 3. 4. 6. 10. 7. 7. 7. 8. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 18. 21. 21. 21. 22. 23. 22. 23. 24. Sollte Vielen Dank. Ich bin heute schon mal das zweite oder dritte Mal auf dem Hof bei zum Schneeschaufeln. Bei plus einem Grad haben wir circa 30 Zentimeter Schnee bekommen. Neu Schnee. Und langsam habe ich die Schnauze voll im wahrsten Sinne des Bordes. Wir kommen gerade von Mischindow. Mischindow ist zu. Die Straße ist total dicht. Kann man nicht weiter. Da ist man zu Fuß gegangen. Wie viele Kilometer sind das ungefähr? Schätz mal drei Kilometer. Bist du zu Fuß gegangen? Ja, wir haben ein Auto gelassen in Mischindow und dann hier zu Fuß gegangen nach Burg. Das geht nicht anders so was. Mein Kumpel kommt auch gerade jetzt. Er ist total fertig. Guten Abend. Von vier Kilometer hoffentlich. Vier Kilometer, ja. Burg auf Fehmarn. Von Staberdorf nach Burg. Wir sind gelaufen. Es ist überall Schnee, überall Autos stehen geblieben. Die Träger sind festgefahren. Es ist schwer zum, es ist einfach schwer zum gehen. Es ist bloß, jetzt komme ich ins Fernsehen. Wie lange steht es schon hier? Noch 20 Minuten, noch nicht lang. Mir wurde ja gesagt, ich soll besser nicht, aber ich habe meine Schneekrallen drauf gemacht, bin losgefahren, dachte mir immer, kannst es ja mal probieren. Bei der ersten Düne bin ich hängen geblieben. Das war es dann, ja. Das war es dann, ja. Das war es dann, ja. Vielen Dank.